Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge 40s5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Da haben wir sie! Die nächste Riesenübernahme ist am Markt. Broadcom übernimmt VMware für 61 Milliarden US-Dollar. Broadcom, das sind die, die haben vor ein paar Jahren auch versucht Qualcomm zu übernehmen. Das hat nicht geklappt und Broadcom kennt man eigentlich daher. Die stellen Kommunikationschips her, Modemchips, WLAN, Bluetooth, so ein Zeug. Die haben zwar auch eine Software-Sparte, aber die soll jetzt halt gestärkt werden. VMware gehört ja immer noch, glaube ich, zu 50% zu Dell oder zu Michael Dell. Broadcom-Software-Sparte geht jetzt bei VMware mit auf, läuft dann auch nach wie vor unter den Namen VMware. Und naja, die wollen halt, die haben halt Geld und das muss raus und jetzt übernehmen wir nochmal was. Und ich glaube, wenn man da rumguckt nach dieser Microsoft Activision Blizzard Übernahme und Dell und EMC ist das ganz oben auf jeden Fall mit dabei mit 61 Milliarden. Jetzt sagt der eine oder andere, Faultier, geh weg mit Übernahmen. Es war doch Computex! Endlich wieder! Und ja, Computex hat stattgefunden und AMD hat so ein bisschen geliefert. Nummer 1, das, was ich auch sehr interessant fand, wie hieß es? Mendocino. Man nimmt die alte Zen 2-Architektur, passt neueste GPU-Einheiten rein, macht, glaube ich, 6-Nanometer-Verfahren und zimmert ein günstiges Grundgerüst für Notebooks zusammen. Was dann, was haben sie gesagt, 400 bis 700 US-Dollar kosten soll mit genug Leistung, mit auch ein bisschen Grafik-Power, vor allem Akkulaufzeiten von, naja, 10 Stunden sollen drin sein. Bin ich mal gespannt, soll Ende dieses Jahres dann noch starten. Aber, ne, das Highlight natürlich, jetzt die neue Ryzen 7000er-Einheiten sind da. Braucht einen neuen Chipsatz, sind wir jetzt bei AM5, sind wir jetzt. Und 5 war ein guter Stichwort, ne, sie haben halt viele Sachen vorgestellt. So, AM5 als neue Plattform, gefertigt im 5-Nanometer-Verfahren, DDR5, PCI Express 5.0 und 5 GHz. Wobei, sie haben dann auch, AMD hat dann auch direkt einen mit 5,5 GHz gezeigt. Man möchte ja Intel in nichts nachstehen. Gucken wir mal, ne. Das war jetzt sozusagen die Ankündigung, bis die ersten die dann in die Finger bekommen, was da alles passieren wird. Aber ich habe nach wie vor einen Honigkuchen grinsen, was AMD noch für einen Lauf in den letzten Jahren hat. Wer auch einen Lauf hat, nein, da meine ich jetzt nicht mit Realme, die jetzt nach Dragon Ball jetzt eine Naruto-Version eines Smartphones rausbringen, sondern den freundlichen Mitbewerber Xiaomi. Xiaomi hat mehrere Sachen bekannt gegeben. Erstmal ein Event in China gemacht, wo sie das neue B-Band 7 vorgestellt haben. Nochmal größeres Display, keine Ahnung, wann es zu uns kommt. Wird wahrscheinlich nicht lange dauern, aber ja. Dann sind sie in China auch hingegangen, nachdem wir ja die Note 11-Reihe haben. Jetzt haben wir schon Note 11T, Pro Plus SE und was nicht alles. Ich denke mir diesen Namen nicht aus. Diese Geräte wurden wirklich vorgestellt, unterscheiden sich mal wirklich mini, mini, minimal. Aber Xiaomi hat auch was Großes angekündigt. Anfang der Woche kam die Pressemitteilung. Xiaomi hat jetzt eine langfristige Zusammenarbeit mit Leica bekannt gegeben. Leica, der Kamerainsteller kennen wir, war ja jetzt genau fünf Jahre verbandelt mit Huawei, mit Huawei. Ich glaube, das fing ja dann passend bei den P9ern damals dann an. Naja, Huawei mit seinen Problemen für beide Seiten wahrscheinlich nicht mehr attraktiv, wobei wahrscheinlich eher für Leica weniger attraktiv. Ich gebe aber zu, ich habe in all den Jahren nie richtig verstanden, welcher Hersteller jetzt eigentlich an wen was zahlt. Der Smartphone-Hersteller als der an den Kamerahersteller oder andersrum fürs Branding, fürs Co-Branding. Ich tippe, also aus dem Bauch heraus würde ich fast darauf tippen, dass die Smartphone-Hersteller den Kameraherstellern was zahlen, um dieses Namen, um ihre Kameras, um ihre Smartphones nochmal was aufzuwerten, damit sie da den Namen nochmal draufpacken können. Leica ist es jetzt bei Xiaomi, die nächsten Jahre. Mal gucken, was da jetzt rauskommt, ob sich bei den Kameras was tut. Jetzt gibt es ja schon das erste gelegte Foto von dem 12S mit Leica-Branding hinten drauf. Ich glaube aber nicht, dass sich da wirklich schon was tun wird. So gerade, was irgendwelche Kameraentwicklung, Sensoranpassung oder sowas. Das wird vielleicht so eine OnePlus-Hustle-Blatt-OPPO-Nummer sein, wo am Anfang noch Software ist. Aber warten wir mal drauf. Es war auf jeden Fall abzusehen, dass Leica jetzt irgendwann rüberspringt. Und diese Sharp-Nummer, die wir ja letztes Jahr irgendwo mal hatten, Leica plus Sharp, das war irgendwie so eine Ausnahme. Das war ja kein großer Massenmarkt. Aber die beiden haben sich jetzt gefunden und tun sich jetzt zusammen. Was sich diese Woche nicht zusammengetan hat, war das Bezahlen mit Karte für einige. Ein Bezahlterminal eines Herstellers hatte jetzt ein Problem. Da streiten sich jetzt. Die einen sagen, das hatte ein abgelaufenes Zertifikat. Da hat einer nicht aufgepasst. Der Hersteller sagt, nein, es lag nicht am Zertifikat. Wir haben jetzt, es war ein Softwarefehler, aber eine Lösung ist schon gefunden. Was es ist, fest steht anscheinend, dass man es halt nicht einfach over the air, einfach so aus der Ferne updaten kann, sondern dass da zukünftig anscheinend dann tatsächlich dann doch der Techniker zum Terminal hinkommt, unten USB anschließt und dann mal das Software-Update fährt oder die Dinger einfach direkt austauscht. Denn auch das wurde im Zuge dessen dann bekannt. Das ist ja schon end of life, war abzusehen. Updates, naja, es dürfen keine neuen mehr installiert werden, nur noch alte ausgetauscht werden. Das ist jetzt einfach so die schöne Konsequenz, die einem mal wieder vorgefahren wird, wenn man da die Infrastruktur auch verschleißt wird und nicht halb frühzeitig dann schon updatet. Ja, ich weiß, Chip-Krise, Hardware-Mangel an vielen Stellen, wie das bei Bezahlterminals aussieht, keine Ahnung. Aber es ist mal wieder so ein Problem, gerade wo dann so ein Update anscheinend nicht gemacht wurde. Was diese Woche aber endlich funktioniert hat, war der Testflug von Boeing Starliner zu ISS und wieder erfolgreich zurück. Wir erinnern uns, Boeing hat Starliner, deren bemannte oder deren möglich bemannte Raumkapsel für Flüge zu ISS oder im Weltraum. Die hatten schon mehrere Tests, die haben alle nicht funktioniert. Der letzte hat die Umlaufbahn nicht erreicht und diesmal hat es funktioniert, hoch zu ISS, obwohl zwei der zwölf Navigationsdüsen versagt haben. Aber dafür haben sie ja genügend. Angedockt, auf, zu, wieder runtergeflogen, passt. Jetzt kommt der nächste Schritt, vielleicht schon Ende des Jahres, der erste bemannte Testflug damit. Warten wir mal ab. Ich persönlich freue mich jetzt einfach darum, nicht weil es Boeing ist, sondern weil dann jetzt auch eine Alternative zur Dragon-Kapsel von SpaceX da ist. Und wie wir es bei den Smartphones, bei den anderen Produkten auch haben, Alternative, Wettbewerb kann nur gut sein da. Und apropos Alternative, Microsoft hat jetzt bestätigt, sie arbeiten wirklich an eigener Hardware. Keystone ist da das Codewort. Wahrscheinlich ist es ein kleiner Dongle, den ich an irgendein Display, Fernseher, was auch immer anschließen kann, um darüber dann meine Microsoft X-Cloud-Spiele zu zocken. Controller dran und fertig und los geht's. Warum macht Microsoft eigene Hardware und haut nicht einfach eine App raus? Gerade eine Android-App könnten sie ja auch einfach machen. Naja, wahrscheinlich möchten sie da auch gucken, dass das alles funktioniert und natürlich auch eigene Hardware verkaufen. Wann es dazu irgendwas Neues gibt, naja, aber jetzt ist es wenigstens offiziell, dass Microsoft an so etwas arbeitet. Was diese Woche auch angekündigt wurde, Disney hat jede Menge neue Star Wars-Nachrichten rausgehauen. Da waren dann so einfache Sachen, weil wie zum Beispiel das Knights of the Old Republic 2 auch eine Switch-Version bekommen wird. Dann Fallen Order, das Spiel wird Nachfolger bekommen, nennt sich dann Survivor, soll nächstes Jahr bereits erschienen. Leider aber auch endlich die Ankündigung für Mandalorian, dritte Staffel, auch, ich glaube, sogar Februar 2023. Dann sah man, dann gab es noch eine Ankündigung für, wie hieß es noch, My Skeleton Crew. Auch wieder eine neue Star Wars-Serie mit richtigen Personen. Heißt ja immer so Live-Action. Und wir haben den Trailer zu Andor gesehen. Sehr cool, sehr cool. Spielt etwas vor Rogue One. Ist dann sozusagen der Beginn der Rebellion, die ersten Anfänge. Sehr cool gemacht. Anscheinend begleitet man dann Andor und erlebt dann wie die Anfänge der Rebellion. Ich kriege schon leicht Gänsehaut. Also viele haben ja gerufen, verdammt, so viel Star Wars und Disney kauft Star Wars und die verwässern es und sowas. Aber bisher bin ich ja echt angetan. Und damit kommen wir jetzt auch zur Unterhaltung der Woche. Natürlich rufen die einen oder anderen Stranger Things Staffel 4 ist jetzt endlich gestartet. Wobei nicht die komplette Staffel. Ihr könnt euch jetzt direkt die ersten sieben Folgen geben. Und dann, ich glaube, ein bisschen Pause, fünf Wochen später oder sowas. Ich glaube, dann 1. Juli geht es dann weiter. Dann folgt das große Finale. Nochmal zwei Folgen der vierten Staffel. Warum das so aufgeteilt ist, verstehe ich jetzt nicht. Und das ist noch nicht das Serienfinale. Es ist das Staffelfinale. Es wird noch eine fünfte Staffel Stranger Things geben. Und damit war es das jetzt. Aber natürlich, die Star Wars Fans gucken nichts anderes als Obi-Wan ist endlich gestartet. Die ersten zwei Episoden sind da. Und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Wir haben, es ist ja alles bekannt. Wofür jetzt einer sagt nicht, dass wir haben. Nein, das sind keine Spoiler. So 40 Jahre danach oder fast 40 Jahre. Der erste Star Wars Film war jetzt 40 Jahre. Naja, ein bisschen später. Aber das ist kein Spoiler mehr. Tut mir leid. Ihr könnt jetzt Obi-Wan und Co. damit zugucken. Wie er, wie und. Da empfehle ich nach wie vor die Star Wars Serien. Große Anguckempfehlung, damit man da auch sich nicht wundert, wer sind auf einmal diese komischen Typen und haben die da wirklich rote Lichtschwerder? Und wieso seht ihr so aus? Und warum nennt ihr euch Schwester 1, 2 und 28? Große Anguckempfehlung. Auch wenn ich sagen muss, Mandalorian startete besser. Und auch Boba Fett. Aber der fiel ja dann hinten so ein bisschen ab. Aber ich rede zu viel. Altes Quirty gibt es auch noch. Das ist bestimmt eine von den Sonnen-Tatouins. Aber das Wasser passt nicht. Nee, kriege ich keine gescheite Überleitung zu Star Wars hin. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit V-Tiers 5, Folge 550. Ist vorbei. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wer auch einen Lauf hat, ich kann ihn mehr.